Oh, da ist unser Oog. Du hast keinen Zauber mehr. So. Das war der Oog. Der die Gürtel geklaut hat. Den hatte ich eigentlich nicht dort an der Stelle in Erinnerung, außer der wandert mittlerweile. Und ich glaube, immerhin ist nicht mit unserer aktuellen Situation zufrieden. Also, dass unser Ruf auf Acht ist. Bin ich auch nicht zufrieden. Ist sogar unser Charakter nicht so ganz zufrieden mit. Lass sie uns ordentlich verdreschen. Lass sie uns ordentlich verdreschen. Oh, der hat eine Schriftrolle dabei. So, wieder ein paar Schwerter. Ich habe es nicht geschafft, den Zauber zu kopieren. Schade. Aber Schlaf ist auch nicht so wichtig. Also, ja, ich erkunde erstmal hier und die Ecke da drüben, bevor ich weiter nach Norden gehe. Und wenn ich mich recht erinnere, gibt es auf dieser Map irgendwo einen Baum mit einem Schutzring plus eins darin. Den habe ich sogar in meinem letzten Day-Fu. Und ich glaube, ich habe vergessen, nochmal Pfeile und Schussdinger zu kaufen. Ich habe vergessen, einen Quick-Safe zu machen. Nachdem ich Kegain das Ding gefunden habe. Jetzt muss ich auch nochmal den Ogre töten. Ich hätte nach dem Ogre einen Quick-Safe machen sollen. Ganz ehrlich. Ich muss mich echt wieder daran gewöhnen, dass ich hier Baldur's Gate 1 spiele auf Dungeons & Dragons Schwierigkeit. Also auf Standardstufe. Hier sind die Gegner, nun mal stärker. Und hier kann ein Räuber mit einem Pfeil und Bogen mich auf Level 1 noch umbringen. Also gerade Emuen, die... kurz vor Level 2 ist. Das ist zu ihr. Das ist zu ihr. Das ist zu ihr. Das ist zu ihr. Meine Klinge wird euch durecht stutzen. Jail Kales? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, schon bevor wir den Ogre töten, jetzt gleich nochmal Quick-Safe machen. Da ist er ja auch schon. Ich war scheiß geklappt zu haben mit dem magischen Geschoss. Jetzt war der Ogre, aber auch einfach, äh, Schatil. Umgeboxt. Wie ihr wünscht. Schatil. Ich zähl mal dein Geist. Now, Nathan. So. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gut. Mal ein Quick-Safe machen, nachdem wir jetzt den Ogre umgeboxt haben. Schreckenswäufe, hi. Schreckenswäufe, hi. Ja, Schreckenswäufe sind echt böse Bieste. Lasst sie uns ordentlich verdaschen. So, noch sehen alle einigermaßen gesund und fit aus. Mal ein Bödyck. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern Oh, Kaischlingestadt, wobei diesmal Ein Schuss und der ist tot, okay So Ah ja, stimmt, da war noch was mit Räubersculpen Wie kann ich helfen? Du bist die falsche Person Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern Hier in dem Bereich ist glaube ich Irgendwo der Ring versteckt gewesen Mal gucken, ob wir ihn finden Und ja, könnten wir Viziona nicht einen gescheiten Shit besorgen Weil die haben außer, dass sie acht wiegen zu den Drei, die das hier wiegt Wenigstens auch ein Geschossschutz Bingo, da ist der Stein Sie hat eine Rüstungsklasse von 0 mit ihrer Geschicklichkeit Dann kriegt ihr jetzt erstmal Kegain So identifizieren kann ich den auch nicht Aber ich kann ihn Kegain einfach mal geben Bis wir in Naschke den Ankeckpanzer gefunden haben Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern Gut 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 Untertitelung des ZDF, 2020